hallo hallo und herzlich willkommen zu Dad by Daylight, Death is no escape. Es geht wieder los, Hillbettys. Ich bin weiterhin einer der größten. Ich sollte vielleicht mal Offscreen spielen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Aber irgendwie komme ich da zeitlich nicht zu. Das ist ja nicht das einzige Display, was ich laufen habe. Ich lasse das immer noch mit Schleifen. Ein Level 1, da der freiwillig mit uns spielt. Was ist denn hier kaputt? Ich bin wohl da. Ich werde hier die erste sein, die untergeht. Oh man. Okay, mal an der Besseren Film. Hey ho, let's go. Ich habe die Perks. Na? Wollen wir nochmal, oder? Haschte keine Muße mehr. Da haben wir es. Hallo. Das ist ein 3mV Helm. Das ist ein 3mV. Oho... Zeit was in grains. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Ich bin voll in die Arme geraten. Wie gesagt, ich bin die Erste mit Kotzen. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Danke sehr. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Ich habe das Gefühl, dass mein Ton zu leise ist. Die Frage ist, wo ist die Kollegin? Ja, aber wo ist sie ja nieder? Ich sehe sie halt auch nicht, das tut mir das immer alle Zeit. Hä? Jetzt habe ich ernsthaft deswegen die 5000 Punkte nicht gekriegt? Wie assig ist das denn bitte? Ach, fick dich doch. Wie asozial, nur weil du Dreckskiller abgehauen bist? Spasti, du Wichser ey! Hurensohn! Du Spasti! Das ist ja wohl überhaupt nicht fair. 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 Ich bin mega angepisst, alter. Fuck you! Das ist ja wohl nicht fair. 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 Beleid, Beleid, Beleid Oh, ich bin echt einfach nur genervt, behinderte Oma, behindertes Spiel, meine Fresse, zu dumm für die Welt, da kannst du 20 mal sagen, ruf nicht an, wenn ich aufnehme, naja, wer kein Brain hat, da bringt das auch nichts, oder wer Alzheimer hat, wer weiß das schon so genau, fuck you. Sieht auch nicht aus, als würde es hier irgendwas werden. Hallo. Fick dich, Spiel. Fick dich. Dreh dich, Karte, dreh dich. Dreh dich. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Hallo. Danke. Okay. 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 Oh, 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 oh. Nein! Gibt's nicht, ey. Warum ist meine Oma eigentlich so behindert? Ich habe vor zwei Stunden erst was gegessen. Warum bestellt sie mit Pizza? Ist sie einfach zu dumm für die Welfe oder was? Meine Güte, ich weiß ja nett von ihr, aber sie sind ein bisschen Brains und nachdenken über ihren Schaden. Blöde Bitch, ey. Ich habe keine Lust mehr für zwei Leute zu denken. Es wird so anstrengend, wie ich der Arbeitslose wieder zu knifst ist, wie sie zu dumm sind. Damit meine, ich will meine Kollegen sein, die die logische Patienten nicht geschissen sind. Ich muss mich verschaffen, aufs Kuh zu gehen und hinter sie sauber ziehen. Schau dir, die sechs Satz. Fick dich Spiel. Ich habe weiter auf Space gedrückt. Bist du eigentlich zu behindert? Na ja, in dieser Aufnahme schaue ich übrigens nur zu, weil das Spiel einfach zu behindert ist. Die Gegner und Leute, die mit einem spielen, genauso. Mann, 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 Mann. Na ja, geht die Folge halt nur trotzdem. Ist mir auch egal. Hauptsache für ihr... Ach, ich gucke mir doch keine Spiel. Die kommt doch nicht mehr. Für die eine Person, die jetzt nicht sein. Hey, meinst du, die will ich doch nicht. Nein, ich habe keine gute Laune heute, wie man merkt. Weil das Spiel einfach zu behindert ist. Hallo, der campt. Also wie der gar nicht erst hingeht, Idiotchen. Ja. Keine. Als sich geht. Ja. Der. Hallo, der Garnt. In der Nacht. Z Collaborate. Rosa Hörger. Da. Da. Du. Vielen Dank. 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 So, für mich war's das heute. So, für mich war's das heute. Scheißspiel für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Fimbertech. Bye, bye, Mädels.